Wo ist die Acht? Das ist glaube ich wie eine Fünf. Ja, das ist dasselbe, ja. Okay, wir haben aus einer Stadt, ich weiß nicht aus welcher, aber aus einer sehr schönen, geilen Stadt, Dachstadt. Dachstadt. Arne Poek. Hamburg! Poek aus Hamburg. Arne Poek Applaus. Einen Riesenapplaus für Arne Poek. Und auch du, lieber Arne, hast mindestens fünf Minuten Zeit. Ich heiße übrigens Pöek, aber das nur mal zur Information. Und ich komme aus Hamburg. Moin! Moin! Gunas Hai Raturic! Grüezi Züri! Ciao Schiffbau! Hello Moods! Vive la dada! Vive le Gaga! Vive le Haha! Vive le A-E-O! Ach so! Oh, gut, aber da, da mach ich trotzdem. Da liegst du, appetitlich verpackt. Nun fass ich dein Kleid zu allem bereit. Ziehe ab mit Gefühl all dein Textil. Gelange zum Ziel. Umfass dich entblättert nackt und genieße dich, du leckere Pellkartoffel. Ja, was habt ihr erwartet? Mein Gott, was habt ihr bloß für eine versaute Fantasie. Also, zur Strafe werde ich jetzt japanisch. Es kommt nämlich eine Shenryu-Serie, da müsst ihr immer fein bis 17 zielen. 5,7,5. Blitzende Augen. Dein auffordernder Blick trifft mich vielversprechend. Sahnige Stimme dringt streichelnd, schmeichelnd ein in meinen Gehörgang. Bewegst dich stetig, wiege den Schritt zu mir näher und näher. Heiße Ohrläppchen, beknabbert und entfacht, frivoles Sinnen, Lippen geöffnet, Zunge aus Zunge entfacht. Frivole Taten, dem Kleide entschlüpft, durchsichtiges Darunter, lockende Aussicht, von Lust gekitzelt. Streif ab, ich, deine Hüllen, werfe uns nieder, pfelsen und rollen uns am Boden. An und auf, einander und dann, ja, O, A, ja. Raus, schreist du wütend. Was war die letzte Strophe, nicht 17 silbisch? Na gut, muss jetzt mal um das Stativ gehen. Einen hab ich nämlich noch, das heißt nämlich tatsächlich IA oder Idas Swinkramspiel. Als Dieter Ida trifft, da, Ida, schnippst grazil mal mit langen Fingern, schnipp, schnapp. Sie da, Ida ist rank, Ida ist schlank, Ida ist scharf. Dieter sieht's ja ihr an. Dieters Hirn fragt sich, darf ich an Ida nie ran? Ida, sie lacht Dieter bizarr schief an. Ja, lieber Dieter, blick mal mir an. Ist Balliner renn, wa? Dieters Wimpern klimpern wirkt stark. Dieter zieht Jack flink, agil ab. Idas blitzblank Kinn an Dieters Hinterstirn. Na, willst ja, Dieter, nicht wahr? Idas Stripstrapsties mit samtig Anblick. Ah, Dieters ist maximal wirksam. Dieter kniet an Ida, knipst ab Iders Mieder. Wird dann immer wilder. Ida winkt lastiv nach Dieter. Dieter schwingt arm immer wieder hin an Ida. Zieht dann Ida nieder. Liegt ganz ihr nah. Es klietscht. Ach, Ida, Ida, Ia. Ida piept. Ach, du Esel. Danke.